Hallo zusammen, heute besteigen wir miteinander die legendäre Hörnli Westwand. Viel Spass! Hier neben mir, auf dem Grat, ist der Einstieg in die Westwand. Los geht's! Bis jetzt ist es relativ einfach gewesen und jetzt kommt das erste Hindernis, wo wir umkledern müssen. Das ist jetzt hier eine herrliche Gratwanderung. Links und rechts geht's runter. Da ist dann eine Verrangung. Oh, Lack! Ja. Wir kommen jetzt hier zu diesem legendären Westwandtrailer. Das ist jetzt eines der letzten Geheimnisse der Erde, wie das Ding hierher gekommen ist. Es ist jetzt schnell die Führung gegangen. Wir sind schon im oberen Drittel der Wand. Oben wird es leider noch schwieriger. Aber bevor es weitergeht, gönne ich mir jetzt ein Stück Baumerfladen. Jetzt kommt da so eine Grasquere. Viele meinen, das sei die Schlüsselstelle. Ist es aber nicht. Auch wenn es relativ schwierig ist. Wir kommen jetzt hier zum legendären Wandbuch der Westwand. Mal schauen, was da drin steht. Ja, liebe Leute. Das ist jetzt das legendäre Wandbuch von Ossi. Er hat das 2007 hierher gedreht. Die Einträge sind noch überschaubar. Jetzt können wir das also nicht viel da durch. Aber folgt doch selber einmal. Wir stehen jetzt hier am Hörnligubbel. Hier drauf ist die berüchtigte Schlüsselstelle. Hier haben schon harteste Männer angefangen zu brüllen und nach der Mami rufen. Schau, da haben wir jetzt noch schöne Wurzelgriffe. Oh nein! Jetzt wird es aber hart. Und das alles einhändig. So, jetzt sind wir schon drüber. Das Mami hätte mir nicht helfen müssen. Machen wir es gleich nochmal. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Ich bin jetzt mal zum letzten Meter. Wurzelgreift das Kame. Ich lauf da durch den Kompost vom Restaurant Hörnlig. Hier oben erwartet mich. Ich gebe jetzt hier noch ein bisschen das Gras, geniessen die Ruhe und die schöne Aussicht. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen! Oh, hmmm. Oh, hmmm. Oh, hmmm. Oh, hmmm. Oh, hmmm. Oh, hmmm.